Mami, Mami, wer packt eigentlich die ganzen Pakete, die du immer bekommst? Oh Schatz, das sind Peggy, Klaus, Thomas, Claudia, Mike, Patricia. Über 400 talentierte Menschen arbeiten bei uns im supermodernen Logistikzentrum von Hermes Fulfillment in Ordruf. Wir sorgen dafür, dass Waren professionell verpackt, gelagert und verschickt werden und brauchen dafür deine Unterstützung. Komm in unser Team, freue dich über eine faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, einen krisensicheren Job und viele, viele nette Kolleginnen und Kollegen. Enrico, Franziska, Sebastian, Pierre, Jana, Roberto, Darius und noch viele mehr. Hermes Fulfillment in Ordruf. Jetzt bewerben unter lebe-dein-talent.de